Es geht weiter mit unserer Babyweste. Wir haben jetzt dieses Stück 18 Reihen rechts gestrickt und fangen jetzt an mit den seitlichen Zunahmen. Das geht so. Ihr strickt drei Reihen rechts, äh, drei Maschen rechts, Entschuldigung. Eins, zwei, drei. Macht einen Umschlag und strickt wieder eins, zwei, drei Maschen rechts. Macht einen Umschlag und strickt wieder eins, zwei, drei Maschen rechts. Habt ihr auf beiden Seiten jetzt zwei Maschen zugenommen. Dann die darauffolgende Reihe einfach rechts runter stricken und die Umschläge auch rechts stricken. Das macht ihr dann so lange, bis ihr 18 mal die Umschläge auf beiden Seiten gemacht habt. So, nächstes. Ihr strickt am Anfang um eins, zwei, drei Maschen rechts und macht einen Umschlag und strickt die restlichen Maschen bis am anderen End ein, zwei, drei Maschen übrig bleiben und macht wieder dazwischen einen Umschlag und strickt eins, zwei, drei Maschen rechts. Dann die darauffolgende Reihe rechts durch stricken. Ich hoffe, ich habe das so gut erklärt. Die Umschläge auch rechts stricken. Jetzt haben wir zweimal Umschläge gemacht. Jetzt wieder eins, zwei, drei Maschen stricken, ein Umschlag. Dann weiter rechts stricken, bis am nächsten Ende drei Maschen übrig bleiben. Eins, zwei, drei, dann macht ihr wieder einen Umschlag und strickt die restlichen drei Maschen rechts runter. Dann die darauffolgende Masche, Reihe rechts stricken. Und die Umschläge auch. Alle rechts stricken. Und so macht ihr das, bis ihr 18 Mal Umschläge je beidseitig gemacht habt. So, dann entsteht hier dieses V. Dann wird einfach gerade rechts 15 Reihen lang gestrickt. 15 Reihen nach den Zunahmen rechts weiter stricken. Und dann fangen wir, für diese Schnelle, die wir hier haben, machen wir eine Öffnung, damit dieses Stück da durch kann. Und zwar, nachdem ihr die 15 Reihen rechts gestrickt habt, geht es so weiter. Acht Maschen rechts stricken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann ketten wir zwölf Maschen ab. Eins, zwei, drei, vier. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und für den Armausschnitt, das ist jetzt für den Armausschnitt, das habe ich vergessen zu sagen. Und jetzt stricken wir fünf, also mit der Masche eins, zwei, drei, vier, fünf Maschen rechts. Und machen jetzt die Öffnung für die Schnelle. Und zwar müssen wir da sechs Maschen abketten. Diese zwölf Maschen war für die Armöffnung. Das habe ich vergessen eben zu sagen. Jetzt kommt die Öffnung für die Schnelle. Eine Masche abgekettet, zwei Maschen, drei Maschen, vier Maschen, fünf Maschen, sechs Maschen. Also acht Maschen rechts stricken, zwölf Maschen für die Armöffnung abketten. Dann zwei, vier, fünf Maschen rechts stricken. Dann wieder sechs Maschen abketten. Und die restlichen übrig gebliebenen Maschen rechts runter stricken. Nächste Reihe müssen wir wieder hier für die abgenommenen Maschen wieder Maschen zunehmen. Und zwar stricken wir jetzt wieder rechts weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Maschen rechts. Hier hatten wir sechs Maschen abgekettet, dann nehmen wir jetzt sechs Maschen zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann die fünf Maschen rechts stricken. Zwei, drei, vier, fünf. Jetzt nehmen wir zwölf Maschen zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Maschen. Und die restlichen acht Maschen rechts stricken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die Öffnung für den Ärmel und die Öffnung für die Schnelle. Nun stricken wir einfach rechts weiter. Und zwar haben wir dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn, sechszehn, Eins, vierzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, 123, 24, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 Maschen, so und dann stricken wir wieder, jetzt 14 Reihen rechts weiter, bis wir dieses gleiche Stück wieder haben und dann müssen wir anfangen mit den Abnahmen. Also hier haben wir die Ärmelöffnung gemacht und hier die Schnallenöffnung. Hier haben wir 15 Reihen gestrickt gehabt, hier haben wir die Abnahmen gemacht und jetzt stricken wir hier wieder 15 Reihen rechts und fangen wieder an mit Abnahmen auf beiden Seiten. Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Das zeige ich euch dann im nächsten Video.